hallo ihr lieben nächste woche ist schon die rpc in köln und natürlich wird der cosplay channel dort auch vertreten sein und zwar mit unserem eigenen wohnzimmer ja und wenn ihr uns dort seht dann sprecht uns doch einfach an dann würden wir nämlich gerne ein interview mit euch führen und würden uns gerne angucken was ihr tolles gezaubert habt was euer cosplay ist und würden gerne mit euch darüber sprechen wie ihr auf die idee gekommen seid und was euch vielleicht dazu bewegt hat gerade dieses cosplay auszuwählen also wenn ihr unseren stand hier seht also unser wohnzimmer seht dann kommt einfach vorbei sprecht uns an oder wir sprechen euch auch an und wir würden uns sehr freuen wenn ihr mit dabei sein bis dahin zur rpc nächstes wochenende ja